Und damit willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Also wir spielen hier Minecraft, ähm, was war noch mal der Name? Ah, Minecraft Legends. Stimmt, oder? Ja, der Name war Minecraft Legends. Okay, mit dabei ist hier der Dream Affix und wir werden das Projekt sozusagen zusammen machen. Und vielleicht kommen ja auch manche neue Leute dabei, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich mal einfach sagen, wir fangen an, wir sind hier in der Welt, wir spielen SmartPak, also es ist geheim. Aber werdet ihr noch, ähm, ja, in der folgenden Folge sehen oder irgendwie, also ihr werdet es schon bemerken. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, diesen Holz zu pflücken und so wie man halt so den ModPak startet. Ich muss extra leise reden, weil es sogar auch sehr spät und, jo, ich versuche jeden Tag eine Folge zu bringen und, oder was suchen wir? Ja, okay. Ja, okay, was? Achso, das war nur ein Test. Was? Das war nur ein Test. Was? Nein, 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 ich bin gerade richtig. Achso! Oh Mann, wie doff ich schon wieder bin. Ja, egal, passt schon. Naja, egal. Also wir haben jetzt erstmal Holz, ich weiß gar nicht, sollen wir gleich mal auf Essen losgehen, weil ich habe mir vorhin ein bisschen Essen gecheatet, also diese zwei Steaks, damit wir, wo der Aufnahme auch nicht hungern oder so. Oder? Ja, die können ja auch theoretisch eigentlich behalten, weil... Ja, ist eigentlich auch egal. Da ist da wirklich kein Problem mit, oder? Ja, die sind ja nur zwei Steaks, also von denen ist ja auch egal. Aber da, da verdecken wir wenigstens jetzt nicht im Weg, oder so. Wir können ein bisschen sprinten, können die Wolke ein bisschen interessanter machen. Oh, ich bin Schneebium, guck dir das mal an, der hat's auch Schafe, wir können uns Bette machen. Ich kann aber, äh, ich hasse Schneebium, über alles. Ey, was ist das? Was ist das? Lol. Was ist das? Ich weiß nicht, egal, lassen wir's mal. Kühe, Kühe. Ähm, da hat's Schafe, ich, ich sorg mich um die Schafe, kapiert? Ich hol mir kurz ein Schwert, damit ich auch, äh, uns die, also, dass wir uns ein bisschen hat mir immer was auf den Zettel draufgeschrieben und danach hab ich kommentiert, wie, ich hab mir draufgeschrieben, jetzt muss ich reden, was ich jetzt sage, also was ich am Montag mache. Du hast, äh, du hast, äh, dir nur Stichpunkte aufgeschrieben und, äh, äh, ich rede davon wie Leute, die sich den kompletten Text aufschreiben, die schreiben zum Beispiel hin, hallo und herzlich willkommen bei diesem Modpack, wir spielen heute dies und das und die schreiben sich echt auf. Ja, stimmt, das stimmt, die schreiben, das ist irgendwie auch krank, also ich hab jetzt ein bisschen, wolle, oh, ein Pferd würde mich angreifen. Ein Pferd, greifen sich jetzt Pferde an. Ja, ein Pferd, kreifen sich jetzt Pferde an. Oh, doch. Weißt du's noch? Ja. Oh, Mann. Oh, stimmt, hier hab ich keine Hotkeys, muss ich noch setzen. Ich wollte sagen, dann, also, ja, in der Folge wird es ungefähr 10 Minuten dauern. 15 Minuten. Dankeschön. Es ist ein Giants-Wort. Jo. Uh, also das ist ja ganz gut gemacht, also. Ähm, ich hab Wolle gemacht, also Wolle gepflückt und da mach ich uns erstmal gleich zwei Bette. Eins, zwei, okay, ich hab uns zwei Bette gemacht. Okay, gut. Scheiße, ich geb dir einfach mal dein Bett hier. Dankeschön. Und dann vielleicht hier die Kuh töten und dann da ein bisschen Eisen abfarben, weil wir richtig geil eigentlich, dann hätten wir schon ein bisschen Eisen. Mhm. Und, also, ich weiß gar nicht, so was wir machen, am besten in der Handchen finden in der nächsten Folge oder so, also auf jeden Fall jetzt einfach mal ernten und müssen sprechen, so, hast du... Hey, guck mal, was ist das? Das, was mich ganz verwundert, ist dieses, ein Obsidian-Block. Ja, ist so. Hey, hier ist ein Pferd. Ich will es mal erschlagen. Nein, schlagt es nicht, das ist nicht gut. Hey, das kann fichern, das kann fichern. Ich hab's getötet. Okay, gut. Boah, alt. Wieso sind die hier so alle so gepusht? Wenn ich im normalen Minecraft rangehe, sehe ich nur so ganz dünne Pferde und hier ist ich so richtig gepusht, so richtig gepumpte. Ich bin voll mit Doping voll, muss ich schon sagen. Ist so. Hey, lol, was ist das für ein Vogel, Alter, das ist ein Pelikan. Egal. Alter. Ich mag Pelikane. Weil das Projekt wird einfach so Spaß machen. Schau mal, wenn man das abbaut, da kriegt man Pfeile. Was? Ich hab da ein bisschen Gras abgebaut und hab Pfeile bekommen. Da. Na, du bist also ein Glückspilz. Ich tue jetzt Pflanzen pflücken und danach kommen Diamanten raus. Ja, klar. Das ist ein Vogel. Ja, cool. Also irgendwie denke ich, hier kommen gleich Zombies und werden mir in den Arsch drücken. Hey, ich hab eine Hexical Essenz gefunden. Wä? Ah, stimmt, die findet man auch im Boden. Ja, da war so eine Blume. Richtig nice, Alter, dass du sowas findest. Aber leider nur eine. Das macht mich traurig. Dann rückst du weg, Mensch, da ist schon der erste Skelett, beziehungsweise der erste Mob. Und da kommen die anderen noch dazu, also richtig mies. So. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass man mit Doppel-W-Sprint, also sprinten kann. Also muss. Ja, ist ja egal, also ich wollte jetzt einfach mal so eine Runde anzocken und jetzt nicht so grob reden. Einfach mal das Projekt anfangen. Es ist jetzt auf spät Abend, also morgen wird dann schon die richtigere Folge kommen. Da werde ich auch alles ankündigen. Also nicht alles ankündigen, ein bisschen. So vorzocken und... Oh fuck, pass auf. Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz, bitte. Shadow, bitte. Ein Herz, ein Herz, bitte. Pass auf, pass auf, pass auf, Dicker, Dicker. Du weißt gar nicht, was ich gemacht habe. Du bist tot. Nein, nein, du weißt nicht, was ich gemacht habe. Du hast ihn gekillt. Nein, als der Creeper zu mir gegangen ist, habe ich ihn weggeboostet und danach ist er genau in deinen Sprung explodiert. Also ich habe ihn sozusagen auf dich gehetzt. Dankeschön, sowas hört man immer wieder gern. Das mache ich gerne. Ja, merke schon. Ey, mein Geil, mein Schwert ist hinten auf. Beziehungsweise müssen wir das so vorstellen, die... Kommst du schlafen? Äh, schlafen können den. Okay, ich schlafe jetzt schlafen, schlafen, schlafen. Wie lange? Spielen wir gerade schon die Runde? Ich glaube, fünf Minuten, oder? Okay, ich habe mein Bett kaputt gemacht. Ja, wenn überhaupt. Wir haben ja gerade eben erst angefangen. Ich würde mal sagen, also das, was wir jetzt noch machen könnten, wäre jetzt dieses Eisen zu holen. Mensch, ja, wir könnten doch eigentlich auch so machen, dass wir diese, also Minecraft Legend, dass wir das vielleicht immer 15 Minuten Sachen aufnehmen als 15 Minuten folgen. Ja, es gab ein bisschen blöd, dass ich nicht weiß, wie weit ich gerade bin. Ich glaube, 46 haben wir angefangen, oder? Ihr könnt sagen, kann sein. Nee, 46 bist du gegangen, kurz. Das heißt, circa 50, das heißt, wir nehmen circa 6 Minuten auf. Oh, 6 Minuten geht eigentlich. Ich würde mal sagen, wir nehmen noch weitere 2 Minuten auf, ist hier ein ganz kurzer Einblick, was wir hier gerade machen. Und ja, dann war es dann für heute schon. Also mache ich morgen dann noch eine Folge und, oder? Ja, also, es wäre aber schon ein bisschen zu kurz, meinst du nicht auch? Ich weiß nicht, also. Ich würde sagen, machen wir bis genau 0 Uhr. Es waren noch 3 Minuten und... Ja, können wir machen, endlich. Ja. Ich gucke mich dann ein bisschen hier um. Oh, mein Gott, ich habe einen Creeper-Kopf. Nein, man, ich werde auch im Kopf. Ja, hier sind die Skins irgendwie voll verpackt, deswegen, denn die können irgendwie keine 1.8 Skins sehen, deswegen. Also, bei mir ist mein Skins noch ganz normal da. Oh, dann ist es wegen ob die Falle nicht so... Guck mal, wie komisch das aussieht. Ja, dies sieht der Creeper-Kopf so komisch aus. Also, ich will jetzt irgendwie zu den Dungeon gehen, aber... Oder wir gehen zum Schiff oder sowas, wenn es da überhaupt eins gibt. Also, ich baue jetzt am besten mein Bett nicht ab und... Okay, gut. Warte, komm, komm, Digga, wir gehen jetzt einfach weiter weg und... Ich will mal ganz kurz noch essen. Ich höre was. Ich höre irgendwo was dagegen hauen hier irgendwo. Da, schon wieder. Du auch, du hast gerade auch was dagegen hauen. Ich weiß, wie ein Zombie gerade irgendwie... Ich glaube, hier unten ist irgendwas. Leute, wirst du das? Ja, ich höre jetzt. Was ist das? Warte, bis euch gerade auch. Digga, was war das? Alter! Lol, warte, hier kommt es näher. Was war das? Oh mein Gott, hier ist ein Marble. Alter! Alter, hier... Ich habe Angst. Hier hat gerade irgendwas massiv rein. Was ist gerade auch? Ja! Ich mache mir mal ganz kurz die Spitzhacke, okay? Ja, okay, mach das. Verdammt. Was haut der gerade auf dem Boden? Ich weiß nicht. Ich würde... Also das ist gerade ein gutes Ende, was wir hier machen können. Sehr stimmt. Ja, also ich würde mal sagen, beim nächsten Mal erforschen wir eben hier, was hier gerade ist. Also hier gab es jetzt nichts Schönes zu machen und jetzt die ganze Runde Farben hätte jetzt auch keinen Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, erkundigen wir uns erstmal hier, was hier kommen wird und... Und bis zum nächsten Mal... Verdammt! Warte mal ganz kurz. Ich denke, kannst du noch die Geräusche machen? Okay, Leute, 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 das ist, glaube ich, ein Spawner. Warte, Daniel, Daniel, bevor du gehst... Ach du Scheiße! Bevor du gehst, entschuldigen wir hier. Okay, gehen wir raus und verabschieden wir uns. Jo. Und das sage ich nur... Drei, zwei, eins und... Bis zum nächsten Mal. Ciao.